Das Feuer der Leidenschaft muss erst in dir brennen, um es in anderen zu entfachen. Es ist eine einzigartige persönliche und spirituelle Entwicklung. Mein Highlight ist die Verzahnung von Spiritualität und Business. Was absolut fantastisch ist, ist diese tiefe Verbundenheit, die beide schaffen mit den Teilnehmern. Und die Atmosphäre, der Raum, die Energie, alles was sie transportieren, ist absolut authentisch. Und sie verbinden das Ganze mit Businessaufbau und natürlich auch mit dem Shadow Work. Ein gesundes und achtsames Business ist immer ein Spiel zwischen der weiblichen und männlichen Energie. Shift ist die Art of Conscious Business. Tatsächlich habe ich auch den Wert meiner Arbeit viel tiefer noch erkannt und kann da auch jetzt die Angebote viel mehr spüren. Und auch andere Preise für abrufen. Also es hat mir halt echt auch finanzielles Wachstum geschert. Die inneren Erkenntnisse, die Energie, die geschaffen wird, auch in der Verbindung aus männlicher und weiblicher Energie. Und die Vernetzung mit anderen Menschen. Katrin ist sehr klar auf eine emotionale Weise. Sie bringt Sachen sehr klar und direkt rüber, aber ohne dich zu verletzen, sondern einfach, weil sie super empathisch ist. Jonas ist radikal ehrlich und bringt einen großen Erfahrungsschatz mit für mich. Und das macht ihn sehr authentisch in dem, was er spricht. Die Shift Academy ist für alle die richtige Entscheidung, die ein Business haben, die ein Unternehmen führen. Genauso wie für Leute, die noch gar nicht gestartet sind, die nur eine Idee haben und die sich selbst verwirklichen wollen und mit ihrer Idee sozusagen in die Welt gehen wollen. Unser Ziel ist es, dass du deinen Weg individuell und wahrhaftig gehst. Wir arbeiten in der Shift an deinem tiefen Urvertrauen.